43% der Menschen in Deutschland sind der Ansicht, den Nachrichten im eigenen Land könne man im Allgemeinen vertrauen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen unserem Vertrauen in die Nachrichten und der Art, wie wir sie konsumieren? Die Wissenschaft sagt, ja, den gibt es. Die Medien, die Menschen konsumieren, beeinflussen, wie sie die Medienlandschaft insgesamt wahrnehmen und welchen Nachrichten sie Vertrauen schenken. Nach aktuellem Stand der Forschung bringen Menschen, die sich vor allem auf traditionelle Medien verlassen, den Nachrichten insgesamt ein größeres Vertrauen entgegen. Auch die Ergebnisse unserer Online-Befragung im Januar 2023 konnten dies bestätigen. Wer regelmäßig lineare Radio- und Fernsehnachrichten sowie Printnachrichten konsumierte, vertraute den Nachrichten im Allgemeinen mehr als jene, die hauptsächlich andere Nachrichtenquellen nutzten. Allerdings verhält es sich bei der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Nachrichtenvertrauen und Nachrichtennutzung wie bei der Frage nach der Henne und dem Ei. Was war zuerst da? Nutzen wir Medien, weil wir ihnen vertrauen? Oder vertrauen wir Medien, weil wir sie oft nutzen und daher gut kennen? Auf diese Frage kann unsere Studie keine Antwort liefern. Jedoch liegt die Vermutung nahe, dass weder das eine noch das andere zur Gänze zutrifft, sondern eine Mischung aus beiden. Von jenen Menschen, die eher traditionelle, lineare Radio-, Fernseh- sowie Printnachrichten nutzen, sagen 54 bis 56 Prozent, dass sie den Nachrichten eher oder voll und ganz vertrauen. Menschen, die regelmäßig Nachrichten im Internet nutzen, vertrauen den Nachrichten im Allgemeinen zu 45 Prozent. Bei Menschen, die auch Social-Media-Nachrichten nutzen, sind es 39 Prozent. Regelmäßige NutzerInnen von öffentlich-rechtlichen Rundfunknachrichten oder regionalen Pressenachrichten schenken den Nachrichtenmedien insgesamt auch ein höheres Vertrauen als jene, die privat-kommerziellen Rundfunk, überregionale Presse- oder Boulevard-Presse-Nachrichten konsumieren. Wer auf eine breite Anzahl an verschiedenen Nachrichtenquellen zurückgreift, vertraut den Nachrichtenmedien auch insgesamt mehr als jene, die sich nur auf eine einzige Quelle verlassen. Wo aber ist das Vertrauen in die Nachrichten am geringsten? Menschen, die angaben, soziale Medien als ihre Hauptquelle für Nachrichten zu benutzen, vertrauen den Medien im Allgemeinen nur zu 26 Prozent. Bei jenen, die soziale Medien gar als einzige Nachrichtenquelle nutzen, sind es sogar nur 19 Prozent. Wenig überraschend, wer keine Nachrichten nutzt, vertraut ihnen auch nicht. Von den Menschen, die in 2023 angegeben haben, weder Nachrichten im Fernsehen, Radio, Zeitung noch im Internet oder den sozialen Medien zu nutzen, vertrauen nur 18 Prozent den Nachrichten im Allgemeinen.